Und damit, meine lieben YouTube-Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Smash Bros. Brawl, Subspace Emissary. Story-Modus! Wir fahren fort. The Research Facility. Mit Zero zu Samus. Und wegen ihr ist das Spiel ab 12 Jahren freigegeben. Einfach nur wegen, ja, ein bisschen davon und ein bisschen hinten, was von... Ist irgendwie bisher nicht. Da guckt man als Kinder überhaupt drauf. Jugendliche, Unterwachsene, ja gut, vielleicht. Aber Kinder noch nicht, Kinder gucken noch nicht auf den... Ihr wisst schon was. Bin ich jetzt da oben? Was, Rob? Na obedient Annika. So, Angel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein super bisschen. Ist einfach hier. Komm, mach's kaputt. jetzt so ein bisschen besser aus als die von aktuellen smash jetzt hier wieder runter dann springen wir kann so ok mensch marka putin jetzt kommt es auch die kürzschuhe oh gott sind sie alle hier wart ja schnell wir gehen als pikachu rein und sprüge und sprüge und extra den licht ich gehe doch noch mal gucken man was kann der schlussendauer bitte was man das gerade das sieht ja wunderbar aus lektor auch schon wieder ihr aber sie können auch explosion also schon man wollte bald angelehnte punkt nachher die gott Dein Moveset. Komm her Junge, mein Kopf ist bereit. Oh Gott! Ein... Großer Voltable abklatschen. Zwei! Drei große Voltable! Dingsbums. Und eine Bombe. Das ist jetzt komisch. Das ist nichts. Oder ist da doch was? Hä, was ist das? Da geht's nicht weiter. Ich muss doch hier hin. Oh, er war, Badu! Nee, das ist keine Explosion. Das ist einfach nur, ja, ich schieße diese Raketen. Nee, ich dupliziere mich. Boah, ich hab grad auf Robby geguckt. Was ist das? 1, 2, 3. Oh, das ist ein Raum. Der Filter ist aufbauen. Oh! Hä? Ist doch nichts. Ich will jetzt nicht springen. Okay. Sehr komisch. Was machst du denn du für den Wandspiel? Ach so, geht das? Hö. Dann muss ich ja doch hier hin. So im Raum von Bolteball. Wo er sich auf eine ganz besondere Art und Weise kompliziert wird. Das ist einfach nur ein Grapplinghook. Okay, gut. Ich versteh's gerade nicht. Ich versteh's grad actually nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und was soll das? Was? Ich geh jetzt nochmal raus. Hier oben ist aber auch nichts. Was schweige denn in der Tod? Ich versteh's nicht. Was ist das hier? Was soll das hier sein? Ich krieg euch nicht mal da durchgequetscht, ihr fetten. Keine Ahnung, was es auch immer ihr seid. Ich hätte ne Idee. Aber ich geb die obere nicht. Hier ist doch noch irgendwo was. Ich muss einfach weiter gucken. Es bringt nichts. Für YouTube könnte ich das da jetzt rausschneiden. Was ich jetzt hier im Stream gerade versuche. Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft da lang, wo der Tod auf mich wartet. Das zeig ich dir schon mal hin, aber... Wo ist denn da was? Hier ist nichts. Nein, hier ist nichts. Wirklich nicht. Hä? Der Fall zeigt doch dahin. Oder hier runter vielleicht. Als ob. Äh. Hier unten ist das Ding. Okay, ich guck, ob ich die Zeit rausschneide für euch. Aber ich glaube, dass... Oh, Turret. Oh, Turret. Oh, Turret. Gut. Ja, schöner Schorn weggehalten. Ich bin tot. Hier geht's rein. Der Key ist schon mal da. Ja, komm mal, komm mal. Das ist kein, dass du dir die ganze Zeit laufe verschüttest. Dafür nicht bestraft wirst. oh mein gott habt ihr das gesehen das macht so ein kleiner gegner ok warte mal wo gehe ich jetzt mit dem schlüssel das mache ich hier würde ich mal sagen hier ist ich bin fast auf 200 prozent so viel brauchen die meistens um rauszufliegen das bin ich ja wie junge war wo bin ich hier was ist es für ein labyrinth ok da ist schon mal ein pfeil er zeigt hierunter ja und da ist auch der tod oder tod ist geht meistens weiter weil es halt mit mir folge 1 im moment mal hier war ich doch schon ja jetzt geht es hier weiter oder also müsste es doch hier ist das ding jetzt aber was ja warte mal ist das diese swing your arms and legs ich krieg nicht ich krieg nicht ein bisschen heilung ach das ist von da oben da ist jetzt runterfallen das macht jetzt komme ich da oben weiter diese komischen und hältstof fest was machst du leitern ist auch ein anderes thema ich habe nur eine frage wie lebe ich eigentlich noch wie lebe ich eigentlich immer noch ein moin moin jenzo was geht bei dir hier ist das kette lecker das ist das ist ich habe gerade runtergefahren ja es hat runtergefahren ich lebe einfach immer noch neben dem ich renne wieder rein geh weg du fettsack geh weg du fettsack habe ich gesagt ich lebe immer noch ihr könnt mich mal auch nicht viel nur arbeit und für streams ich meine ich scheiße das ist so gut ok jetzt fliege ich definitiv ich fliege jetzt einfach aus Metall ihr könnt mich mal ich lebe immer noch hallo aber jetzt bin ich raus na immer noch nicht jetzt bin ich raus ich lebe einfach immer noch also wie wie viel wie lange ok dafür bringt der Gegner sich wieder um ich sag doch wir haben jetzt im team der Gegner einfach nur noch Angst äh ne 300% hatte ich als ich war nicht mal heavy ich war einfach so schluss ich bin kein Bowser kein ddd kein sonst irgendwas ja Jenser woher kennst du mich woher kennst du mich wohl und da ist der Anzug was erst mal eine stage clear oh gott Zeros und Zamos join your team Pikachu join your team save fällt mir einfach nicht äh ey wirklich jetzt kerl du kennst mich du kennst mich wirklich okay das save over the state ja cool nein man gott das Kabi wieder Kabi und Bowser und ich meine schon mal das war's das war's was what the hell ich mag nicht woher das hier gerade hin führt ich mag es wirklich nicht was 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 also natürlich kennst du mich jetzt kämpfe gegen den dark peach mit der schießt man ist denn ein zähl ja bis dann ja jeden tag Jungen, 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 wow! Oh, Pilschroven! und wort und das ist vielleicht noch ein level danach die bänden weiß gerade nicht auch was meine frau getötet du idiot jetzt mal richtig kalt joshih wie kannst du es wagen ich bin hochprozentig Die Wein. Mach zwei ohne Items. Tschüss, Pilz. Ey, die einfach nicht gehen will. Die einfach nicht gehen will. Das haben wir beide zwar nicht gerne gemacht, aber ihr habt uns keine andere Wahl gelassen. Und dann kommt DDD. Da ist der. Oh. Und Kirby belebt alle wieder. Na gut, zwei. Pff, Pilz ganz cool drauf heute. Als wen spielen wir? Komm, Kirby. Na, Pilz, Mario, Yoshi, Pink. Oh, wir können noch vier. Okay, wir können noch vier. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, weg mit dem Müll. Der Körbe ist einfach auf. Komm. Da, 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 da. Und dieser Sound weg ist einfach so schön. Da, 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 da. Oh. Warum? Ey, Jungs. Haben die so viel Angst vor Metern, dass sie sich einfach umbringen? Wirklich jetzt. Der guckt, der springt schon wieder von der Stage. Oh, oh. Komm, Kirby, du kennst dich doch auch. Okay. Ey, warum bringt sich jeder Gegner hier um? Ich versteh's nicht. Die haben kein Grund, sie umzubringen. Aja, ja. Aja, ja. Wo will ich den? Keiner davon trifft. Jetzt beginn sie alle um, kommt zusammen. Das ist schon normal. Ja, gut. Da, da bin ich mitgeholfen. Das war's. oh oh ich verspreche euch wirklich ich habe dieses story wo soll ich das denn wissen ich habe diesen modus nicht weiter gespielt ich habe vollkommen es ist viel abgewartet und danach ist wieder gespielt jetzt sehe ich da auch das muss jetzt verstehen lassen ist ein scrolling mit dem gehen wir rein mit dem gehen wir rein wir reden und mario ja ich hab mir draußen und das wort so wie immer in super mario world wo immer am eingang des schlusses warten musste oh mein gott das erinnert mich an was als video aus super smashbox und nicht ultimate super spiel und der 3ds da gab es etwas ich glaube der hieß kohl oder so und der sah genau so aus jetzt weiß ich nur jetzt sein dafür einfach genommen haben ich würde jetzt auch noch sagen wir machen jetzt noch diese ganze stage hier zu ende und danach beendet ich die aufnahme und den stil gewöhnt dass ich jetzt so eine abwärts in diesen spiel so eine abwärts die action die gar nicht mal so scheiße ist ich bin ich nur mal von euch da unten sie sagen nein du bist aber gut wir werden eingezogen Oh, das sind so eine Donut-Blocke. Das ist die Bühne. Mensch, mach die Kacke da kaputt. Pins, du bist ein Idiot. Oh, erst wieder da. Ich musste grad an was denken. What the hell, Pins? Wirf die Schale kaputt, oh nein, okay, den kannst du doch auch machen, wenn du die willst. Das ist mir egal. Junge. Okay, dafür gibt's das. Und die Blitz. Und fort, das ist die komplette Stage-Hitte. Okay, das ist der Hobart. Okay, das war die ganze Stage. Blitz, Weevils, Nibbunner, Bunnyhead und Lightning, Big Switch und Dr. Loeb, Big Brain Academy. Oh, da ist Gellendorf. Und er führt sie wohl alle an. Oh, warte, ne voll, gew 회verst Kempen. Da war ein basketballer grades. Aber bis jetzt hab ich sehr viel Spass in dem gesamten Story-Modus. Oh, Leute. abe ich das schon? Das hab ich schon. Aber da gibt's halt noch was zu holen, glaub ich. Ich glaub das Grüne bedeutet, du hast alles das hier, aber das sind wir ja ganz genau bedeutet der fehlt noch was alles klar jungs und mädels das war's mit diesem video und das war's mit diesem stream beim nächsten mal geht's bei the path to the ruins weiter bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns beim nächsten was auch immer kommt wieder bis dahin einen wunderschönen tag